Musik Weißt du zufällig, in welchem Raum die Chemieprüfung ist? Wieso? Die Prüfungen sind doch schon alle vorbei. Bist du denn nicht im Unterricht gewesen? Nein. Aber das Schuljahr ist doch schon lange beendet. Oh nein, oh nein, und ich war gar nicht dabei. Oh nein, ich bin wieder in der Schule. Ich kann nicht glauben, dass ich wieder in der Schule bin. Zeltag.